Warum braucht es Frauen in der Mobilitätsbranche? Wenn Frauen im Bereich Mobilität arbeiten, die gucken natürlich alles auf die Sachen drauf. Gerade auch will ich abends spät noch mit dem öffentlichen Verkehr fahren, da denken Männer nicht drüber nach. Frauen wissen alle, dass es ein Problem ist. Egal ob sie schon selbst Probleme hatten oder ob sie jemanden kennen, der Probleme hatte, aber als Frau weiß man das einfach, dass es Angstträume in diesen Bereichen gibt. Bei der Angebots- und der Verkehrsplanung muss die Perspektive aller Bürgerinnen und Bürger beachtet werden. Und das beinhaltet nicht nur die Perspektive der Frauen mit ihrem eigenen Mobilitätsverhalten, sondern auch die Perspektive von Menschen mit Behinderung oder Menschen mit besonderen Anforderungen. Das bedeutet aber eben auch, dass es nicht nur auf der Arbeitsebene quasi beachtet werden muss, sondern auch die Entscheidungsposition mit dem entsprechenden Bürger und Bürgerinnen besetzt sein muss. Wie kommen mehr Frauen in Entscheidungspositionen? Es ist bei vielen Positionen im Mobilitätsbereich immer noch eine politische Entscheidung tatsächlich. Ich bin aber auch ganz sicher, dass Frauen sich das eben weniger zutrauen als Männer. Wenn ich gefragt werde, traust du dir zu, einen Verkehrsbetrieb zu leiten? Traust du dir zu, Minister zu werden? Dann gibt es immer doppelt so viele Männer, die hier schreien als Frauen, die dann sagen, ich brauche glaube ich noch ein paar Jahre und ich bin mir noch nicht so sicher. Also da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Was essentiell wichtig ist, ist tatsächlich auch das Studium oder die Ausbildung, in die man geht, indem man eben versucht gezielt zu fördern, dass eben nicht männliche Personen in diese Professionen reinkommen. Da sehe ich auf jeden Fall auch die Universitäten und Ausbildungsstätten in der Verantwortung, dass da eben gezielt das gefördert wird und nicht immer nur das reproduziert, wie man es immer schon gemacht hat. Für mich persönlich finde ich inspirierend, wenn eben eine Frau über ein Mobilitätsthema forscht oder berichtet oder referiert. Und ich denke, da sind besonders Netzwerke wichtig, die eben gegenseitig ermutigen. Damit sich mehr Frauen in der Mobilitätsbranche einbringen können, braucht es unter uns Frauen Austausch, Unterstützung und auch Chancen. Und hier sind Frauen-Netzwerke einfach ein super Ort, denn sie bieten die Möglichkeit, erst mal Kontakt herzustellen mit anderen Frauen aus der Branche, aber auch sich auszutauschen über Karrierenmöglichkeiten und auch Job-Erfahrungen und sich eben auch gegenseitig zu supporten und zu pushen. Und es ist eben auch ein geschützter Raum, um vielleicht auch mal schwierige Themen anzusprechen, wie zum Beispiel Mobbing oder gar Sexismus. Also ich bin ein großer Fan von Frauennetzwerken, weil es einfach darum geht, aus derselben Lebenssituation sich gegenseitig zu unterstützen. Oft sind das ja Frauen, die es sozusagen schon geschafft haben. Also es ist schwierig, an die zu kommen, die eben hadern und nicht wissen, wie sie da reinkommen. Aber es ist ein erster Schritt, sich eben gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen und dann vielleicht auch als Team wiederum die ranzuholen, die jüngeren Frauen zum Beispiel, die da auch hinkommen wollen. Deswegen, also da bin ich auch fest der Meinung, dass Frauen das untereinander besser können, als wenn man von Männern gementort wird. Ein Netzwerker in der Mobilitätsbranche unter Frauen finde ich besonders wichtig, weil dort eine andere Weise von Informations- und Wissens- oder auch Erfahrungsaustausch stattfindet. Für mich persönlich hat das viel mit Ermutigung und Motivation zu tun, was mir hilft und sehr wahrscheinlich in Zukunft weiterhelfen wird. Bis zum nächsten Mal.